Musik Ich bin Esther Kleven und ich arbeite als Kuratorin am Bauhausarchiv in Berlin. Es ist eine Institution, die Nachlässe von ehemaligen Mitgliedern des Bauhauses, Schülern des Bauhauses und auch Dozierenden am Bauhaus gesammelt hat. Und in diesen Nachlässen befindet sich alles Mögliche, Dokumente, Autografen, Fotografien, Unterrichtsmaterial und so weiter. Also wir haben ein breites Repertoire. Erstmal ist es natürlich eine Verpflichtung, das online zu stellen. Wir haben jahrelang da wenig Zeit für gehabt. Also wir sind eine sehr kleine Institution, ein Verein. Und jetzt werden wir einen Neubau bekommen und haben Zeit, uns um die Sammlung zu kümmern. Und auch halt in dem Sinne, dass man das Material gut fotografiert, nochmal neu fotografiert, was nötig ist. Dass man viel Material auch scannt und digitalisiert. Und wir haben in den letzten Jahren teilgenommen oder die Unterstützung gehabt von EFRE-Mitteln, um eine Datenbank aufzubauen online und möchten unsere Sammlungen darin präsentieren. Im Moment ist das ein Teil eines Korrespondenzarchivs. Aber wir haben natürlich auch Objekte in der Sammlung und wir haben noch ganz, ganz viele andere Materialien. Und wir müssen uns überlegen, wie weit wir darin gehen und auch wie weit wir darin gehen können. Rechtlich gesehen, technisch gesehen, infrastrukturell gesehen. Unser grundsätzliches Problem und meine Neugier, die vor allem auch ausging auf die Frage, inwiefern ich als jemand, der zuständig ist für die digitale Strategie, als Kuratorin sich damit beschäftigt, bei der Auftragsvergabe verstehe, was da zu machen ist und inwiefern ich das auch selber machen kann. Weil oft sind das ja ganz kleine Tools. Ich bin Apple-User, das heißt, ich weiß, dass man für viele Probleme einfach auch im Netz Open-Source-Anwendungen findet, mit denen man eine Veränderung von Daten oder eine Anpassung von Daten schnell hinkriegen kann.